Guten Tag! Hä? Guten Tag! Ha? Ich sagte... Ach, vergessen Sie es. Können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? Nein. Haben Sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein dabei? F... 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 Führer... Führer! Führer! Anders Führer! Anders Führer! Anders Führer! Nein! Ich möchte doch nur den Führerschein sehen! Den Führerschein! Die Fahrerlaubnis! Was? Na, Sie wissen schon! Na, 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 Nazi! 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 Hilfe! Anders Führer! Anders Führer! Mensch, nicht Nazi! Ich sagte Nazi! Ach, ich lasse gleich aus! Rösser! 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 Rassist! 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 Nein! Das ist ein Irrtum! Aber wissen Sie was? Fahren Sie einfach weiter! Aber geben Sie in Zukunft nicht so viel Gas! Gott! Mann, Mann, Mann! Das ist ein Lautsprecher! Das ist ein Lautsprecher! Aber ich muss diesen Scheiß durchziehen, weil ich meinen Führerschein zurückkriege!